Kommt es mal wieder von... Das kann ich mich nicht mehr ändern. Von... Vom 1 2018. Lass mich nicht mehr in die Barsche. Pffft. Pfff... Pff... Pfff... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hmmmm. Der Funk rauscht. Was hast du gesagt? Gegner. Alles klar. Fahrer vor mir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,0 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichenreifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,35,3. Ja. Fahrgutstag. Ich hasse die Zweckrufe. Fahrer vor mir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Sie fahren mit neuen Superweichenreifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute. 35,3. Hier bin ich jetzt nicht erwähnt. Ich bin jetzt zweiter. Kannst du jetzt nicht, was der erste geht. Ich hätte natürlich auch 5 Euro machen können. Aber egal. Ja. 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 Vergennach. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020